Wafer aus Siliziumcarbid. Bosch produziert in Reutlingen Chips für die Elektroauto-Industrie im Hochreinraum, fast komplett frei von jeglichem Staub. Wie viele Staubkörner dürfen Sie damit reinbringen, maximal? Im Ziel gar kein Staubkorn. Wir reden über Mikrometer pro Kubikmeter Luft, also im Vergleich zum Beispiel, als wäre ein Kirschkern im Bodensee. Das ist so eine Größenordnung, die man sich vorstellen kann, wie sauber bei uns der Reinraum ist. Eine Viertelmilliarde Euro will Bosch in den weiteren Ausbau seiner Halbleiterfertigung in Reutlingen stecken. Die Nachfrage nach den neuen Siliziumcarbid-Chips steigt an, auch weil sie Elektroautos helfen, Energie zu sparen. Elektroautohersteller sehen das als Wettbewerbsvorteil und Bosch als Wachstumsmarkt. Wir können bis zu 6% mehr Reichweite generieren bei gleicher Batterieladung, können dadurch auch die Batterien gegebenenfalls kleiner gestalten, um die gleiche Reichweite zu erreichen. Die Nachfrage nach den Energiesparchips sichert Aufträge für Roboter und Menschen. Patrick Leinenbach ist mit dabei beim Aufbau der neuen Anlagen. Er hat den Produktionsablauf hier in Reutlingen mit eingerichtet. Wie lange dauert das denn eigentlich, bis so ein Siliziumcarbid-Chip fertig ist? Also von der reinen Produktionszeit des Rohmaterials, was wir einschleusen, bis zu dem, was wir dann ausschleusen, als fertiges Erzeugnis, etwa 60 bis 70 Tage für einen Siliziumcarbid-Chip. Die Arbeitsplätze beim Autoteile-Zulieferer Bosch wandeln sich. Weg von der Verbrennertechnologie hin zur Chip-Industrie. Eine Transformation, auch wenn die neue Arbeit im Hochreinraum in Vollverkleidung womöglich gewöhnungsbedürftig ist. Gehört das bei der täglichen Arbeit oder merkt man das irgendwann nicht mehr? Ganz im Gegenteil. Man lernt es richtig zu schätzen, vor allem im Sommer. Es ist eine gleichmäßige Temperatur hier drin. Es sind keine Pollen. Es ist die ideale Voraussetzung. Seit 2021 läuft die Produktion von Siliziumcarbid-Chips in Reutlingen. Aktuell wird die Produktionsfläche von 39 auf 44.000 Quadratmeter erweitert.